Bayern München interessiert, Duchel plant Gespräch mit Thilo Kehrer. Bereits im Sommer galt er als möglicher Ersatz für Pavard beim FC Bayern München, doch ein Wechsel scheiterte letztlich. Nun zeichnet sich die nächste Phase des Wandels ab und der Rekordmeister zeigt erneut Interesse an dem Spieler. Die Rede ist von Thilo Köhler von West Ham. Nach Informationen des Portals Fudmelkato wird Cheftrainer Thomas Duchel demnächst ein Gespräch mit dem flexiblen Verteidiger führen, um sich ein Bild von den Absichten und der Verfügbarkeit des 27-Jährigen zu machen. Insider haben bestätigt, dass der FC Bayern Köhler im Auge behält. Köhler passt in das Profil, das Duchel sucht. Denn er kann nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch auf der Außen- und Sechserseite spielen. Als Spieler der deutschen Nationalmannschaft, obwohl er in letzter Zeit nicht nominiert wurde, wird er wahrscheinlich bald zu seinem neuen Team stoßen. Köhler hat mehrere Stakeholder. Dieses Thema ist jedoch noch nicht fortgeschritten. Bei konkretem Interesse wird es auch Konkurrenz für die Bayern geben. Auch Eintracht Frankfurt, Sevilla, AC Mailand, AS Rom, Staderen und OG Zenezer haben Interesse an Köhler. Derzeit gibt es keinen Trend, wo er abgebildet sein wird. Klar ist jedoch, dass West Ham United dem Spieler keine Steine in den Weg legen wird. In dieser Saison muss er sich meist damit begnügen, auf der Bank zu sitzen. Bisher hat er in der Liga nur vier Mini-Einsätze absolviert. Transfermarkt schätzt Köhler auf 9 Millionen Euro. Transfermarkt schätzt Köhler auf 9 Millionen Euro.